aber nein es ist zwar schöner dass der industrie links unten industrie genau zu dieser zeit industrie links unten sie können wir so einen kleinen Anfang dann expandieren hier oben kommt unsere Burken wir kommen die Bärenjäger das ist ein bisschen vom Vorkommen her ist das hier die beste die hier ich glaube hier kann man mehr bauen die sie hier sind von der Größe nicht unbedingt das hier wäre die größte gewesen die hat keine Kohle Landshuthaus Landshuthaus die Träume das ganze gleich und ja kein zu sie haben auf einer Insel ein Gebäude schau mal auf eine Insel ein Gebäude kommt es mal hier hin Konto, 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 Konto habe ich ja gesagt hier oder hier hier ne hier ne du kannst ja mit dem Schiff weiter nach links gehen ja komm hier was hier ja nicht du könntest ja stimmt 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 ganz links oben sicher so hier hin was hätte er konnte dann könnten wir den Hafen sind ja 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 machen wir denn in die Mitte genau in die Mitte ne so hier du und da nicht hier ja ihre Baumöglichkeit so deine Siedlung toll was du alles kannst oh Schnauze geht zum anderen das Geschenk mal abholen komm ja wer wird das nennt das alles im Konto geht zum anderen das Geschenk abholen du bist wir bauen jetzt hier los jetzt kommt endlich also ein Marktplatz brauchen wir als erstes Mal ja ob es so schön Roland dann soll dies Eiland eure neue Ohja wie heißt unsere Siedlung endlich das besitzt das Gruschen das auf dem Konto er nicht noch nicht auf dem klicken Wursthofen 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 Dauer und Wursthofen nicht auf jeden Fall und ja ich ja genau zweites wie es ist zu test nein du musst einfach gibt es hier Fischer Warte 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 Räumchen Pflanzenschrei eine Fische hoch mit Fisch ich bin ja ich ist Kinder die Gitsch und Holz holen und ihr habt schon getroffen Nils 5 und 3 so ist es Schultz-Hastien ihr seid hier immer gern gesichert gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden Säge geschenkt die Tunstern geschenkt die Bündung mehr sind Wichser Söndl ist und er aufhören zu bleiben hier ist das Konzept alle Mitspieler vernichten vernichten Kaiserdome das können aber nicht muslim die Moschee hierhin noch trotzdem muslim die kleinen Kinder sich spielen hier werden sie ja nicht die dr und so ein bisschen Westen was noch etwas vor sein zu trinken Leitam zu die Strasse das ist schön aus und so viel zu ziehen das war so was sie noch im Minus mit steuern neben wohl ich fühlte er war das erste Mal noch ich bin hier das sind das ist ja kann man hier ganz unbekommen gut gut ein Minus wir wollen mehr Rösschen bauen und die Bedürfnisse das ist sicher nicht oben die Kerstin ist leicht wird für einen Kanten was das Brot so schwer zu ackern ich habe hier achten Geld und das steht doch ein bisschen Mieter ein Haus das das geil und Telefon ich geh jetzt hier mal ein bisschen stehen weitere gebäude zur verfügung weitere gebäude wo es tut geil jakob nach jakob ist aufs klo gegangen okay gut wo bauen wir das kleine markthaus sind hier ich denke so hier ne ach wie wäre es wenn hier direkt mal so hier ne das erste oder ne ich denke wir werden hier hinten gleich mal so hier alles aufdecken dann sieht es ein bisschen besser aus und wir haben nicht die ganze zeit diese schwarzen Ortschaften so wie das hier im Bild na gut das verrät ich gleich mal so was ist Jakob die haben einen neuen Stadtstatus erlangt die muss sich sorgen weil ich noch nie zuhause war eurer Siedlung mangelt es an elf Uhr morgen ich bin zuhause und dann die ganze Zeit die Martinshörner ne der Polizei weißt du die was? die Hörner der Polizei und so da will ich mir auch ein paar Sorgen machen okay gut wir brauchen noch mehr Holz und dort hätte ich jetzt genau die Mausterei hingemacht wohl wie viel Platz braucht die die Mausterei mach ich hier hinten hin äh reicht das Diplomaten von Rang und Namen eröffnet sich das Wissen um zu verbrauchen sicher nicht dort in den Ecken jetzt nein als ich meine ich hier so ja ja ich weiß nicht ich weiß nicht die Bauern und so warte mal ich muss schon schauen wegen der Holzerrein das wird nicht nein eben ich würde eigentlich lieber das hier okay auch ein bisschen weiter soll ich hier hin das ist es tut direkt und das Lager es ist hier und dann mache ich hier hinten was schon besitzt sind es braucht sich denn für den Mosfow fünf Holzen wir sind 46 und Plus muss dann wird jetzt gleich gut gut wir haben es wir schon mit Kappale können wir bauen wollen 12 und die Konten direkt hier in der Vorwitz im Mosthof Nostrum haben wir sie müssen hier ist es ich denke dass es ist weiß es nicht es geht schon das bekommt so aus zurück und er war genau zu beanträchtig so einfach sind den jemals gab es nichts ich soll mich vor so viel zufrieden so nicht hier hin ja so so ist es 100 es gibt doch gut aus oder jetzt wollen wir nur noch eine Kapelle das müssen wir noch schon ein bisschen warten er dort der vierten Schiff dann kommt ein Zinn abgeschöpft und sehr hoch macht das wollen was er heute kommt jetzt hier noch das ist noch so ein bisschen das ist nicht so gern Werkzeuger werden kommt nur und seht euch in das hat schon in Schlager 1 das ist uns nichts ich weiß nicht mehr jetzt will ich zu uns ein das ist nicht das ist uns der und so so es ist es ist aus welch will ich ich will das Länge so will ich das Kondo Fisch geht das Holz ab sie haben ein neues Land gesichtet das ist ein Boot geschickt es ist keine Ahnung geht ihr mir bei dieser Sache zu haben wenn sie zwei Schiff für uns 4 5 5 5 5 5 5 sollte auch wissen mach jetzt vorwärts bitte bei der Krise 7 steht uns eine ertragreiche erste bevor steigert sich langsam sonst machen wir hier noch einen das war jetzt das wir brauchen schon wieder mehr holz ich glaube ich mache noch mehr holz mein Name ist Gavin Leigh kannst dich warten oder? ach wir haben noch wen gefunden nach alter Dienstens und jetzt keine in der Einfunkung in Deutschland Schiffbrüchig mit der Bekommens muss die Kinder und man sieht auf der Karte was man selbst wo du hinziehst schützen gut zweiter war ich solche gebrauchte Haftuch mit zweiter Platz wir müssen hier und könnten sie sich sogar du wollten bis zu weit unten wissen den Vorpreis sie gibt einst du bist jetzt nicht die gute Schauwald die Wichser die Wichser